Der Pizzateig soll sein leicht locker und fluffig, egal in welcher Stärke man ihn ausrollt bzw. er soll nicht zu hart, nicht zu knusprig sein und er soll mit seinem Geschmack nicht den Geschmack des Belages übertrumpfen und schon gar nicht in der Hefe. Und dazu habe ich dieses Rezept mal mehrfach schon ausprobiert. Ich nutze zum Beispiel einen Steinbackofen, den ich selber gebaut habe. Um einen richtig geschmackvollen Pizzateig zu machen und auch vorzubereiten, sollte es nicht an der Zeit mangeln, weil dieser Pizzateig braucht etwas Zeit, aber es lohnt sich auf alle Fälle am Ende vom Geschmack her. Was habe ich dafür? Ich habe 1 kg Mehl, ganz normales Mehl, ihr müsst kein Spezialmehl für die Pizza nehmen. Ich habe ca. 625 g oder Milliliter kaltes Wasser, kein warmes Wasser, kaltes Wasser. Hat mir ein Bäcker verraten, das hat auch bestimmte Gründe. Ich habe 40 g Salz und ein Viertel von diesem Frischhefe-Block, den ihr alle kennt. Also nur ein Viertel. Kein halber, kein ganzer, egal was auf der Verpackung steht. Ein Viertel reicht vollkommen aus. So, und da fangen wir jetzt schon mal an. Ungefähr ein bisschen über die Hälfte von dem Mehl füllen wir jetzt in das Rührgerät. Also, ich benutze hier ein Rührgerät, weil es gibt ja Leute, die haben das erfunden, um uns die Arbeit etwas leichter zu machen. Ihr könnt natürlich auch das Handrührgerät nehmen, ihr könnt das mit der Hand kneten, vermischen, vermengen. Das liegt ganz bei euch. So, ungefähr drei Viertel des Mehl habe ich jetzt hier reingemacht. Dazu 40 g Salz. Dazu der Viertel Block Hefe. Einfach nur rein. Ihr braucht den nicht vorher klein machen, aufweichen etc. Das macht im Prinzip das hier alles von ganz alleine. Und das kalte Wasser hier mit rein. Wundert euch nicht, dass das Ganze danach zu einem sehr flüssigen Teig wird. Das hat alles seinen Grund. So, Küchenmaschine runter. Kurz anrühren. So, jetzt lassen wir das circa 10 Minuten durchrühren. Warum? Weil die Feuchtigkeit, das Mehl nimmt die Feuchtigkeit auf, quellt auf und dort beginnt schon der erste Prozess für den richtigen Teig. So, die Zeit ist rum. Der Teig ist gerührt und wie ihr seht, ist er jetzt sehr flüssig. Das hat seinen Grund. Das soll auch so bleiben. Das Ganze, was wir jetzt machen ist, wir nehmen ein Küchentuk, decken die Schale ab und lassen ihn ganz einfach für 15 bis 20 Minuten ruhen. Da passieren einige Stoffe, Verbindungsstoffe im Pizzateig, die im Prinzip am Ende unter anderem für den exzellenten Geschmack des Teiges verantwortlich sind. Nicht umsonst schmeckt das Baguette in Paris, was dort immer noch handgemacht wird, komplett anders, als wenn ihr heute bei uns beim Supermarkt euch ein Baguette holt, dort reinbeißt, schmeckt immer gleich. Das Pariser Baguette schmeckt anders. Warum? Weil das noch richtige Bäcker sind, förmlichen Rezepte halten. So, die 15 Minuten oder 20 Minuten sind jetzt um. Der Teig hatte genügend Zeit, etwas zu ruhen und schon etwas zu arbeiten. Was passiert jetzt? Jetzt kommt das restliche Mehl rein. Dazu benutze ich allerdings hier bei der Küchenmaschine den Knethaken. Da wird reingemacht, auf die erste Stufe gestellt erstmal und dann führe ich ganz langsam und behutsam den Rest des Mehlens in die Rührmaschine. So, dass er sich gut vermengen kann. Ach übrigens, die Frage nach dem Öl stellt sich hier nicht. Dieser Teig kommt ganz ohne Olivenöl aus. Und ich habe mich mit mehreren Pizzabäckern mal unterhalten und sie danach gefragt. Nicht jeder macht Öl hinein. Aber dieser Teig ist jetzt etwas aufwendiger. Aber wer nachher am Ende den Geschmack richtig spüren möchte und auf Genuss steht und es auch am Essen genießen möchte, muss etwas Zeit mitbringen, bis der Teig natürlich fertig ist. Das ist einmal abends gemacht, ganz kurz. Und warum, das zeige ich euch. Also das ist kein schnell Huschi-Fuschi-Teig, sondern ein Teig, der am Ende richtig den Gaumen vor Vollzückung tanzen lässt. So, lassen wir noch ein bisschen durchkneten, richtig. So, das restliche Mehl ist drin. Das Ganze wird jetzt circa 10 bis 15 Minuten kneten lassen. Das kennt man eigentlich auch von, wer selber Brot bäckt, dass sich die Zutaten richtig toll vermengen. Und auch jeder Brotbäcker oder ursprüngliche Bäcker wird euch das bestätigen können. Ein Hefeteig muss ordentlich geknetet werden. So, ihr Genießer, die Zeit ist um. Der Teig hat jetzt 15 Minuten circa, wurde er durchgeknetet. Jetzt nehme ich ganz einfach den Knethaken wieder ab. Der Rest des Teigs, was ihr dran backt, bleibt dran. So. Und ihr seht, er ist jetzt schön durchgeknetet. Und was passiert jetzt mit dem Teig? Dieser Teig wird jetzt ganz einfach nochmal wieder abgedeckt. Mit dem Küchentug. Und nochmal 15 Minuten ruhen lassen. 15 bis 20 Minuten ruhen lassen, damit er sich setzen kann. Die ersten Stoffe, die jetzt in dem Teig sich vermengt haben, miteinander harmonieren. Und ihr werdet wirklich am Ende belohnt mit dem richtigen Geschmack. Übrigens, der Unterschied zwischen kalten und warmen Wasser ist enorm. Das hatte mir ein Bäcker eben mal verraten. Weil das, je länger der Teig steht und arbeiten kann. Und gerade der Teig hat wohl einen enormen Einfluss auf die Geschmacksbildung. So, die Zeit ist um. Tuch weg. Jetzt holen wir den Teig. Den Teig aus der Rührschüssel heraus. Ich brauche den jetzt aber auch nicht mehr nochmal extra formen. Wer es möchte, kann es gerne tun. So. Nutze hier so eine ganz einfache Schüssel. Als nächstes, ganz wichtig, einmal Frischhaltefolie, Frischhaltefolie einpacken. Damit die Feuchtigkeit, die jetzt noch drin ist, in dem Teig auch drin bleibt. Zack. So, und was passiert jetzt? Und jetzt kommt im Prinzip eines der wichtigsten Teile. Dieser Teig wandert jetzt in den Kühlschrank. Braucht keine Angst zu haben. Jeder von Oma und Opa weiß mal natürlich, Hefeteig soll immer mit warmem Wasser gemacht werden, damit die Hefe aufgeht. Dass der warme Wasser oder die Hefe vorher auch angerührt wird. Ist in diesem Fall überhaupt nicht nötig. So wie er mit kaltem Wasser angerührt wurde, mit dem bisschen Hefe, kommt er jetzt für die nächsten drei, vier, fünf Tage, kann auch sechs Tage sein, in den Kühlschrank und ihr werdet sehen, wie der, wenn ihr dann zwischendurch mal den Kühlschrank aufmacht und mal reinschaut, wie der Teig arbeitet und aufgeht. Und dabei bilden sich entsprechend richtig tolle Geschmacksstoffe, was nachher am Ende in einer wohlschmeckenden Pizza sich widerspiegelt. Und wenn ihr mal Besuch habt und serviert diese Pizza, glaubt mir, die Leute wollen eigentlich gehen und kommen immer wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und für alle, die mir das nicht geglaubt haben, dass ein Hefeteig auch im Kühlschrank funktioniert, hier der Beweis, der Teig steht jetzt einen Tag lang im Kühlschrank und er hat sich schon um das anderthalbfache vergrößert. So bleibt er jetzt die nächsten zwei, drei Tage noch drin. Entwickelt richtig gute Aromastoffe für eine wohlschmeckende Pizza, die sich definitiv unterscheidet von dem, was ihr aus der Kühltruhe kennt, beziehungsweise aus dem Fastfood-Bereich. Dort werden schnell schnell Pizzaböden hergestellt. Macht es selber, probiert es einfach mal aus. Viel Spaß und guten Appetit dabei. Bis zum nächsten Mal.